Am 31. Mai 1811 wollte Albrecht Ludwig Bärblinger, der legendäre Schneider von Ulm, über die Donau fliegen. Er scheiterte bekanntlich kläglich mit seiner selbstgebauten Flugmaschine und lebte fortan in Spott und Armut. Wenn für ihn auch der alte Traum vom Fliegen nicht in Erfüllung ging, so darf er dennoch zu den Pionieren der Fliegerei schlechthin gezählt werden. Im Juni 1986, also 175 Jahre nach dem gescheiterten Gleitflugversuch des tapferen Schneiderleins, veranstaltete die Stadt Ulm ihm zu ehren einen dreitägigen Bärblinger-Festival, dessen Höhepunkt ein Flugwettbewerb nach historischem Vorbild war. Der Schneider von Ulm hat's Fliegen probiert, da hat ihn der Teufel in die Donau neigführt. So war es damals und so erging es auch fast allen 30 Teilnehmern aus der Bundesrepublik und dem benachbarten Ausland. 50.000 Mark winkten dem Sieger, der nicht nur nach der Flugweite zu ermitteln war. Bewertet wurde auch die größte Ähnlichkeit der selbstgebauten Fluggeräte mit dem Bärblinger-Modell von Anno Dazumal. Moderne aerodynamische Verbesserungen waren jedoch erlaubt. Eine Grötzwebe. Applaus Applaus Schade, ein kurzer Flug, aber sein Mut gehört allemal belohnt. Einen Applaus für Martin Hoffmann aus Kreisheim. Applaus Rund 50.000 Schaulustige verfolgten das Spektakel ebenso ungeduldig wie 175 Jahre zuvor, als man den Schneider von Ulm zum Flug über die Donau drängte. Bärblinger, der als erster Mensch eine Strecke nach dem Gleit- und Segelflugprinzip zurückzulegen versuchte, stand damals wegen der Anwesenheit des Königs Friedrich von Württemberg unter besonderem Erfolgszwang. Sein Sturz in die Donau wird den seinerzeitigen ungünstigen Flugbedingungen zugeschrieben. Drei Jahre zuvor trat Bärblinger auch als Erfinder von ersten Beinprothesen hervor, die zwar bei Amputierten erfolgreich angewandt, staatlich aber nicht anerkannt wurden. Sein gescheiterter Flugversuch brachte ihn nicht nur Spott, sondern auch beruflichen und bürgerlichen Verfall, sodass schließlich sein Wohnhaus versteigert werden musste, um Schulden abzutragen. Er wurde zum Außenseiter und starb 13 Jahre später an Auszehrung. Schade, dass er nicht mehr sehen kann, wie und was sich heutzutage so alles in den Lüften tummelt. Die Stadt Ulm hatte für ihren nach Bärblingers Vorbild ausgeschriebenen Flugwettbewerb über 300 Interessenten registriert, bevor sie schließlich 83 zur Teilnahme entschlossen haben. Ihre Zahl schrumpfte zuletzt auf 30 Teilnehmer. Sie starteten, wie seine Zeit der tapfere Schneider, von der Ulmer Adler-Bastei. Von hier aus hatten sogar die Testflüge der Drachen große Schwierigkeiten. Die Stadt Ulmer Adler-Bastei. Die Stadt Ulmer Adler-Bastei. Einer schaffte den Flug über die 70 Meter breite Donau letztendlich doch noch. Der 19-jährige Münchner Gymnasiast Holger Rochelt, dessen Vater, ein preisgegründer Pionier im Flugzeugleichtbau, den Kleider konstruiert hatte. Sohn Holger musste aber seinen Sieg und die 50.000 Mark mit einem ausgekugelten Ellenbogen bezahlen. Am 15. Juni 86 um 20.55 Uhr hat es geplant.